Die neue Woche geht zunehmend wechselhaft an den Start. Wolken und Regenschauer gehören dann wieder häufiger zum Himmelsbild, immerhin ist es dabei anfangs aber noch recht warm. So reicht es am Montag nochmals vielfach für Temperaturen nahe 20 Grad. Während dabei im Nordosten noch häufig die Sonne scheint, kommen im Südwesten dichte Wolken und nachfolgend auch erste Schauer an. Am Dienstag breiten sich die Regenwolken weiter Richtung Landesmitte aus, in Ostsee-Nähe ist es noch einmal freundlich. Wo es länger regnet, bleibt es schon recht kühl. Zur Wochenmitte wird es dann auch im Nordosten nass, sonst gibt es noch einzelne Schauer und die Temperaturen gehen überall merklich zurück. In der zweiten Wochenhälfte gibt es vor allem im Nordosten noch Schauer, sonst beruhigt sich das Wetter. Die Temperaturen gehen aber weiter zurück und bleiben im Nordosten schon vielfach einstellig. Ursache dieser Entwicklung ist zunehmender Hochdruckeinfluss. Zwar nähern sich vom Atlantik gleichzeitig auch die Reste des Hurricanes Joachim, sie drehen jedoch nordwärts ab und machen so den Weg frei für die Zufuhr kalter Luftmassen am Rande des Skandinavienhochs. Das bedeutet am Wochenende wieder klare und zunehmend frostige Nächte. Am Erdboden gibt es dann ziemlich verbreitet Minusgrade und ohne den Eiskratzer geht dann auch frühmorgens wohl nichts mehr. Örtlich kommt auch noch Nebel hinzu.